370 AF 350, 390 Kubik in Motor, neuer Vergaser, Klimaanlagenfahrzeug, da war abgeschlossen, aber der Kompressor dreht noch, die Hosenrohrdichtungen sind durch, wie meistens bei den 390ern, ich habe nur welche vom Mustang da, die sind jetzt fast zu klein, Bremskraftverstärker, gutes Blech hier, noch der Wagenheber, sehr schön in Leerlauf, Motor läuft richtig gut. zu erobern, Motor läuft richtig gut, und zwar, weil immer noch,